Yo, hallo und herzlich willkommen zu noch einmal Let's Play von Let's Play Force und wir let's playen Battlefield via Multiplayer Modus im Hardcore Mode hier und wir machen Feuerschaft auf, wie heißt die, hier ist Map hier, Morgendämmerer, alter Vater. Ja, dann können wir nochmal sagen, wir joinen hier mal, achso ja, hätte ich ja fast vergessen hier, mit Flickers und Deadbanners. Wollen wir nochmal. Vergiss. Einsatzziel Alpha wurde erobert. Ja, da kommen wir nicht. Komm mal her, ja. Okay. Er zwingt uns hier dazu und dann, er ging uns. Äh. Solei, wir haben die U-Chila. Alter, das ist nicht so weiter. Ich bin zu stark, wenn sie kurz sind. Wir haben gerade Einsatzziel Charlie neutralisiert. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Lass mal am Besten alle zusammen hier rumrennen. In ner Fall nicht die ganze Zeit drauf gehen. Ich mach jetzt viel Panos-Töten mit mir los. Wollte Arschenschen. Achtung! Einsatz! Einsatz! Wer ist das? Da! Da! Bleib auf! Alter, ich hab beim Hammer. Ich lass mich rein! Komm, ich lass mich rein! Komm, ich lass mich rein! Erstmal Gegenscheibe rennen! Ich lass mich rein! Ja, wie man sehen kann, auf Parkour warten, diese beiden Wiesen-Fails, dass, ja, man nicht sofort sieht, wer Gegner und wer lebt. Das! Und wer hier vorne kommt! Nein, Scheiße! Der Wundmann geht sofort an! Die gucken dich einmal so schief an, und schon bist du tot! Als Strafe! Die machen einfach den bösen Blick dran, bis die... Ja. Und man hat keine Mühle! Oh mein Gott! Das ist hier vorne! Nein! Und so koppel ist der hier schon! Und keiner wieder bleibt! Das ist ja noch schöner! Einsatz Ziel Bravo wurde erobert! Oh, der ist weg drum, weil der noch nicht egal ist! Wir müssen mit Granaten! So ein kleiner Mann! Ja, sprech dich ruhig aus! Alter! Der liegt bei uns! 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 Entschuldigung! Fuck! Der liegt bei uns! 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 Wir haben Einsatz Ziel Alpha neutralisiert! Auf der rauf! Wir haben die Kontrolle über Einsatz Ziel Alpha! Mann! Was sagt ihr denn? Wer hat die Kontrolle beeint, hat sich den Charly verloren. Stolz. Warum werden wir dich ja nur um ein Team gekillt, man? Seid ihr blöd oder was? Zweimal wurde ich ge-teamed killt. Ja, danke für den 2-2, ne? Hätte eigentlich jetzt 2-0, aber... 3-3. Ich kille jetzt auch noch mal wieder, ich bin scheißegal. Alter, wir wollen diese Runde gewinnen und verlieren. Ich schwöre, weil die Kippen werden da. Soll ich was verrast, ja? Soll ich da raus? Soll ich mal gucken, wo die hinschießen und dann soll ich... Soll ich weg? Soll ich weg? Soll ich weg? Ja, natürlich. Soll ich selber mal hier den Arsch lecken. Ich will ganz bestimmt nicht für die anderen gucken, man. Soll ich selber gucken. Soll ich das machen. Kommt ihr mir hier mit Arsch lecken? Ja, gerade einsatzend den Charly. Ich mag lieber... ... als ein König. König, Alter. König! Du, du gar nicht! König! 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 Halt! Halt! Oh, Sabi! König! Danke, danke, ja. Einsatzstil Charly ist neutralisiert worden! Oh, Granate, macht nicht Sinn! Oh, grumpel! Oh, grumpel! Ja, du kriegst! Und ich warte wieder nächt! What the fuck... Ich wollte dich grad abknallen, Leute. Wir haben einsatzend Bars! Ich wollte dich grad abknallen! Ich wollte dich grad aufschieben! Keu krank, ich ging nachher! Ups! Sorry, Painos! Ich hatte dich nicht gesehen! Vier Tote, vier von eigenem Team. Einsatz 10, Charlie ist verloren. Ja, vielleicht ist es der eine, meine Kraft. Autsch, das hat weh. Nein! Der nächste von der Seite, dieser Merckstempel, der D.I.K. hier. Der heisst hier. Achso, zählt das als Kinn, wenn ich Panos töte? Panos töte! Töste! Bye bye, ich komme! Alter, selber. Hat dieser Lero Lero mich getötet. Lero Lero hat mich auch getötet, habe ich gesehen. Die sich wuchtel. Und Level 4, Leute, es läuft, und läuft, und läuft. Fünf Tote, fünf von eigenem Teamkönner. Egal. Ich wollte dich gerade wieder töten. Einsatz 10, Charlie, von der Oma. Halt! Dann unterbitte, wieder mal! Ehh, nix. 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 Panos! Ich hab wieder gelehnt, Alter. Ich hab wieder gelehnt, Alter. Ich hab wieder gelehnt, Alter. Was? Was? Au! Ehh, nix. Ehh, nix. Ehh, nix. Jagen! Oh, nix. Alter, scheiße! Weil ich mich jetzt auf dich konzentriert habe, du kleine Hesschen-Nutte! Ja, was bist du? Bist du ja Traubenbeut von Feindschl oder was? Hopp, haas! Nein! Nein! Hast du es gehört? Hä? Jetzt aber Schlusswichtigen. Ja, das war ein Fake-Bund. Ja, hoff ich! Oh, da hat er Fahnsicht geblieben wieder liegen. Ehh, nix. 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 Achtung, wir haben Reinsatz zu viel Einkation! Ehh, nix. Ehh, nix. Ah, wo ich die Gründe stehe und dann... Achtung, das ist ja nicht geschafft! Ehh, nix. Ehh, nix. Ups. Ehh, nix. 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 Ehh. Ehh, nix. Ups. Ehh. Alter, hör auf, die Leute zum Teamkirln. Die Wixxs haben mich auch gekillt. Ja? Die Wixxs? Guck scenarios. What is das? Neudeutsch? Hahaha. Ich mein, ich kann's nicht besser, ja. Also du gehst ja mal im使用. Jaa, mus multiere Ausspr собственно. Neee, wir haben Palest шт es in Arbeitsplatz. Mha, es ist in der coude. Ehh, da war neunte Klasse. Ich will den Abschluss machen. Wovon träumst du noch nach... Locken! Nee, du bist nur mein Probe. Oh, ich hab... Ein Satz, zieh grad und schweiß. Schmeiß. Haha, nein. Ich zieh. Niederkappen. Scheiße. Scheiße. Nein, nein. Wo sind die Kanate? Ah, ich hab... Ich schrie. Ich schrie. Ah, boah. Wir haben ein Satz, zieh einfach verloren. Oh, Thanos. Jetzt geh wir nicht auf den Sack. Was? Ach doch, guck mal da. 9, 8. 9, 8. Ah, Alter. Ich glaub, ich kick dich gleich hier. Ich hatte definitiv die Warte extra mitgenommen. Noch ein Team-Pil. Einsatzstil Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle. Alter. Einer geht noch. Was? Was? Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil. Schade verloren. Ach, Alter. 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 Ich komm hier nicht rein. Ich komm hier nicht rein. Oh, ich glaub hier auf der Map, in Harkos, ist perfett eigentlich, äh... mit... Er hat gerade Einsatzziel-Alpha-Fallor. Das geht nicht mehr. Was ist zu lang? Nein, nein, wir sind ja eingeloggt. Dann bin ich höchst. Du gießt mir sowas von auf den Sack. Du kannst nicht mehr ausgehen. Ich wünsche dir jetzt mein... Ja... Ich wäre ja immer noch nicht mein Schiff. Welches Gewehr? Welches Gewehr? Wenn Sie wissen welches Gewehr, komm mal zu A. Dann zeige ich dir welches Gewehr. Ein Polizid und... So! Einsatzes Ziel-Alpha-Fallor. Was ist denn ein Angriff? So, kommt zu A. So, kommt zu A. So, kommt zu A. So, kommt zu A. Mach brav. Das war dein Glück, dass du nicht zu A gekommen bist, du kleine Pisser. Ich habe extra gewartet, um zu gucken, was da abgeht. Ja, Leute. Das war eine hässliche Runde, dank unseren kleinen Lutscher hier. Fand ich schön. Hat mir sehr gefallen. Hätte gern öfter solche Runden. Ja. Ich hoffe, du bleibst ins Gegnerteam die nächste Runde. Denn die nächste Runde werden aber wahrscheinlich auch noch Let's Playen. Und da reiß ich dir den Arsch auf. Und du kannst vor Glück sagen, dass es keine M5K in diesem Spiel noch gibt. Noch. 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 Und damit war es auch schon. Schön kommt, Update 20 Euro, du kaufst dir bestimmt. Auch wenn sie 100, 100 kostet, die hole ich mir nur, damit ich mir die Kugel in deinen Arsch hier rein blasen kann. Na gut, Leute. Das war es auch schon mit unserem Let's Play. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Also. Bis zum nächsten Mal.